Sag mal, bin ich zu blöd zu spielen, oder was? Ich meine, das ist ein ganz normaler Gegner. Kann doch nicht so schwer sein. Ich wollte hier hoch. Da gibt es bestimmt auch noch was. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, so krass habe ich den ganzen Shit hier noch nicht erkundet. Was zum... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was zum Das ist ne bärige Umarmung Lass mich los Lass mich los Lass mich los